Hallo, heute zeige ich euch, wie man ganz einfach einen Hund malen kann. Als erstes schreiben wir mal eine 25. Dann verbinden wir sie hier unten. Dann machen wir das Ohr, indem wir die zwei so formen. Dann verbinden wir hier so einen Strich hier oben. Das wird dann die Mütze. Dann machen wir hier wie einen Halbkreis, hier einen Punkt und dann noch ein bisschen Muster. Hier vorne kommt die Nase, den Mund und das Auge. Und Hund fertig!